Unrealistisch sagst du? Und warum feuerst du dann deine Lieblingsmannschaft im Stadion an, wenn deine Stimme so unwichtig ist? Du kennst die Antworten, weil aus deiner Meinung viele werden. Das war scheiße, ich hab's verkackt. Machen wir nochmal, kein Ruhig, kein Ruhig. So stehen bleibt. Kann er nicht bewegen und kann er nicht lachen. Kannst du das erste Mal schon machen?